Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu YouTube. Heute ein Dankeschön. Erstmal ein Dankeschön an die 83 Abonnenten. Ich hatte auch schon mal 99 Abonnenten, das ist jetzt aber egal. Sondern geht das dort rum. Ich muss eigentlich die 10.000 Aufrufe kriegen. Die letzten 60 Minuten hatte ich 6 Aufrufe. Die letzten 48 Stunden hatte ich 130. Die letzten 20 Tage hatte ich 1813. Die letzten 90 Tage 6519. Die letzten 5.510. Und das 10.145. Dazu muss ich aber sagen, ich bin noch gar nicht mal ein Jahr auf YouTube. Das ist halt seit der Entstehung, klar. Weil ich bin jetzt erst, warte, zu schauen, nein. Videos. Ah, sind 149 Videos oder so, was ich schon hochgeladen habe, also der ist schon ein bisschen. Nein, das war es nicht. Das war das. YouTube. Das fährt jetzt nicht an. Ähm. Nee, warte, muss ich so bei YouTube rein. Da drauf, YouTube. Und einmal auf YouTube drücken. So. Alle Anzeigen. Jetzt müssen wir mal ganz da unten. Das dauert ein bisschen. Tut mir leid. Ein Monat sind wir schon angekommen. Drei Monate. Vier Monate. Sechs Monate. Acht, neun. So, auch vor neun Monaten bin ich schon angefangen mit YouTube. Also ungefähr drei Monate noch. Dann haben wir ein Jahr Jodeltube auf YouTube. Was soll man dazu sagen? Die Schnellsbeziehung, die es gibt. Dein Leid, kein Desleid. Krass. Ja, war es noch? Also die 10.000 Aufrufe haben wir jetzt. Überall like haben wir es ja auch nicht drauf, ne? Das ist ja noch was gewesen, wenn ich jetzt über ein Like schon drauf hätte. Oh, da ist schon ein Dislike drauf. Drück mal auf Meistgesehene, ne? 4.332 Aufrufe. Also, das macht schon was. Ihr meint es wie mein Lidl Voice. Das ist das höchste mit. Ein Like, zwei Daumen nach unten. Aber, so ist es ja halt. Auf jeden Fall, dass man ja eigentlich richtig viele Videos nicht hat. Auf jeden Fall, wenn euch das gefallen hat, gebt ein Like. Oder halt nicht ein Like. So wie ihr es wollt. Und bis dann. Tschüss.